Von Alibaba werden konkreter. Laut US-Börsenaufsicht will Alibaba Aktien ausgeben zwischen 60 und 66 Dollar. Experten sprechen dann auch vom bislang größten Börsengang der Technologiebranche. Insgesamt könnte der Internethändler über 24 Milliarden Dollar einnehmen. Und bei mir jetzt Andreas Lipko, Marktstrategie von Kliegel & Hafner. Der Lipko Alibaba hat gestern die Roadshow bei institutionellen Investoren begonnen. Der Börsengang wird erwartet schon für nächste Woche. Ist dieser ganze Medienzirkus, der um Alibaba entsteht, den Alibaba sich ja auch selber entfacht, für Sie nachvollziehbar? Auf jeden Fall. Wenn man bedenkt, dass der Börsengang ja doch relativ große Dimensionen annimmt. Und wir hier alleine bis zu 21 Milliarden oder insgesamt dann 25 Milliarden US-Dollar bei institutionellen Investoren versuchen einzusammeln, sind natürlich hier besonders die Kampagnen im Vorfeld sehr wichtig. Man muss sozusagen die Story verkaufen, man muss die Investoren dafür erwärmen. Und hier haben wir ja bisher schon festgestellt, dass gerade bei den US-Retail-Investoren die Nachfrage nicht so groß ist. Wir sehen hier ein vermindertes Angebot, wenn man zum Beispiel im Verhältnis zu dem Facebook-Börsengang sich die Dach betrachtet nur um ein Viertel und bei Twitter sogar nur um die Hälfte. Hier ist man also doch sehr verhalten eher. Und diese Barriere muss man knacken, um eben die Aktien dann auch international platzieren zu können. Was für eine Story ist es denn, die Alibaba da verkaufen will oder verkaufen muss? Ja, die Story ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich meine, China ist im Begriff hier eine riesige Mittelschicht zu stellen. Wir sprechen hier wirklich von 320 Millionen Chinesen, die dann später wirklich ein stabiles und gutes Einkommen haben. Und die wollen natürlich dann auch konsumieren. Und wenn man das im eigenen Land dann machen kann, über eine Internetplattform, wenn man also hier sozusagen Amazon 2.0 sieht, dann ist das Potenzial doch schon enorm. Wir haben ja hier im Vorfeld schon Studien gesehen, die von wesentlich höheren Kursen ausgegangen sind zum IPO. Deswegen ist man doch jetzt hier etwas überrascht. Und vielleicht auch in Bezug auf die Eingangsfrage, dann eben konnte man sehen, dass das IPO doch nur mit 166 Milliarden US-Dollar bewertet wird. Demzufolge ist auf jeden Fall Potenzial noch da. Also Alibaba kümmert sich um den chinesischen Markt, wird das auch tun? Will jetzt ja kein Gegenpol zu Amazon hierzulande, also in Deutschland sein oder gerade zu Ebay? Nein, also ich denke, dass man hier vorweg erst mal sich auf den chinesischen Markt konzentrieren wird. Das ist ja auch die Maxime von dem Unternehmen, von dem Gründer Jack Ma. Man hat ja also gesagt, dass man sich ganz stark auf den Kunden fokussiert und dass sich auch auf die Fahne schreibt. Das bedeutet natürlich auch, dass man sich erst mal auf das fokussiert, beziehungsweise weiterhin konzentriert, was man erreicht hat. Dass man hier den Service weiter ausbaut, die Marktstellung festigt und demzufolge dann erst im zweiten Weg vielleicht die Blickrichtung entgegen Westen, also in die westlichen Industrieländer richtet, aber vorerst doch eher auf den chinesischen Markt fokussieren bleiben wird. Die Namen, die sich die Mitarbeiter von Alibaba geben, gehen angeblich auf chinesische Kung-Fu-Figuren zurück. Jack Ma selber schreibt auf seiner Visitenkarte, unberechenbarer und aggressiver Schwertkämpfer. Er selber bezeichnet sich selber auch als Workaholic. Was weiß man sonst noch über diesen Chinesen? Ja, auf jeden Fall ist er ja ein sehr unkonventioneller Hergang. Er ist ja eben als Lehrer gewesen, hatte dann vor mehreren Jahrzehnten das Unternehmen gegründet, hat hier sicherlich auch viele Unwägbarkeiten, gerade denn zu den schweren Zeiten des chinesischen Regimes, als sich die chinesische Volksrepublik jedoch noch eher verschlossener gezeigt hat, überwinden können. Man merkt also, dass hier wirklich ein Kämpfer an der Position des CEOs ist. Demzufolge kann man also auch davon ausgehen, dass in Zukunft sich hier Herr Ma nicht gleich die Butter vom Brot nehmen wird und hier sicherlich auch weiterhin seine Strategie mit eiserner Faust verteidigen wird und hier sicherlich das eine oder andere Mal, wenn es denn notwendig ist, auch bereit ist, das schwer zu zücken und auch anzuwenden. Ist sowas dann eigentlich für einen privaten Anleger interessant? Ja, also wenn man zumindest den Fokus in Richtung Asien und China hat und hier auch eine Mehrjahressicht, also wir reden hier nicht davon, dass man das IPO zeichnet, schnelle IPO oder Zeichnungsgewinne mitnimmt, sondern wenn man hier wirklich perspektivisch auf ein, zwei oder fünf Jahre schaut, dann sind die Aktien auf jeden Fall interessant. Man muss sicherlich hier starke Nerven haben, weil wie es bei Technologiewerten doch üblich ist, kann man eine relativ hohe Volatilität wahrnehmen, aber auf jeden Fall die Story ist aus meiner Sicht intakt und die Aktien auf jeden Fall reizvoll. Was sagen Sie zum Preis? Aktien angeblich sollen sie platziert werden zwischen 60 und 66 Dollar. Jetzt kann man ja dieses KGV-Gewinnverhältnis irgendwo nur schätzen, etwa 32, sagen die Experten. Verglichen mit dem Konkurrenten Tencent, die haben KGV wesentlich höher, 42, Baidu sogar 45. Also das klingt noch nicht so teuer. Ja gut, aber schauen Sie sich die KGVs zum Beispiel von Amazon oder anderen Technologiewerten in den USA an. Hier hat man ja teilweise Werte von über 100. Ich will jetzt nicht sagen, dass man das in Verhältnis setzen soll, aber nur mal so als Randbeispiel. Und wenn man sich halt dann die Wachstumsrate und eben das Potenzial von Alibaba anschaut, dann erscheinen die 32 doch eher als konservativ, weil man hier wirklich dann in den nächsten Jahren hohes Wachstum sehen wird, was dieses derzeit KGV von 32 schnell relativiert. Alipay, das ist also das Bezahlsystem von Alibaba. Im Prinzip, ja, sagen viele Menschen, das ist ein Klon von PayPal. Der größte Online-Bezahltdienst in Asien ist jetzt nicht Teil des Angebots. Rechnen Sie irgendwie mit einem späteren IPO von Alipay? Nein, definitiv nicht. Wir sehen ja auch das Hickhack bei Ebay und PayPal. Das ist natürlich ein sehr, sehr interessantes Geschäftsmodell. Wenn ich eine Handelsplattform habe und gleichzeitig dann die Zahlungsmodalitäten abwickeln kann und daran auch noch verdiene und ich weiß, dass meine Plattform sozusagen dynamisch weiter in hohen Wachstumsraten oder mit hohen Wachstumsraten wächst, warum soll ich dann so gesehen meine eierlegende Wollmilchsau verkaufen? Ich behalte die doch dann eher im Haus und das wird Herr Ma sicherlich erstmal genauso machen, wird damit einen zusätzlichen Gewinneffekt erzielen. Und ich denke, dass man hier frühestens in fünf oder in zehn Jahren darüber nachdenken könnte, das als IPO rauszugehen, aber das würde jetzt sicherlich eher verschossenes Pulver sein. Aber im Prinzip gibt es ja die gleiche Überlegung auch bei Ebay und die wollen es ja auch nicht verkaufen, aber jetzt haben Sie ja hier den Wolf sozusagen, beziehungsweise die Laus im Wolfspelz, also diesen Großaktien, der Soros, der hier Ärger macht von früh bis spät und sagt, bitte, bitte verkaufen. Er sagt nicht bitte, bitte. Nein, genau. Herr Eiken war ja da bei Ebay engagiert und hat ja da ordentlich Druck ausgeübt und wollte ja eben, dass PayPal per separates IPO bzw. ein Split an die Börse gebracht wird. Das hat nicht geklappt. Das ist sicherlich auch logisch und konsequent gewesen. Und da kann man dem Management auch nur zu gratulieren, weil das eben eine stabile und gute Ertragsquelle ist und sicherlich der Mehrwert darin für die Aktionäre zu finden ist, wenn so eine stabile Ertragsquelle im Unternehmen bleibt und vielleicht die Wachstumsdynamik dann dementsprechend auch untermauern kann und nicht auf schnelle Gewinne hinaus ist, dass man hier ein separates IPO vollzieht, kurze Kursgewinne erzielen kann und im Endeffekt dann nachher auf lange Sicht nur Probleme bekommt. 80% des E-Commerce-Handels geht über Alibaba. Auch ganz interessant, die bringen auch Firmen dann irgendwo zusammen. Da kann man als Firma auch bei einer anderen Firma auch riesige Maschinen dann irgendwo kaufen. Also ein Geschäftszweig, den Ebay, den Amazon komplett vernachlässigt hat. 80% kann man das verteidigen? Ja, ich denke auf jeden Fall, dass Alibaba hat ja hier sozusagen B2C und B2B zu B2B und B2C gemacht. Also man sieht hier, dass eigentlich die konsequente Verfolgung dieser beiden Strategien gelungen ist und dass man genau damit auch eben für Geld verdienen kann, dass man eben kleinen chinesischen Unternehmen das Tor öffnet und hier ganz klar Strukturen schafft, um eben dann auch Geschäft für kleinere Unternehmen und Einzelhändler eben zu ermöglichen. Da hat Amazon wirklich den Zug zumindest verpasst. Man kann sehen, ob es vielleicht in den USA aufgebaut wird. In China sehe ich da erstmal keine großen Chancen. Und das ist ja auch wichtig, das hat man eben bei der Strategie, bei der Retail-Strategie von Amazon gesehen in den letzten Jahren, dass man hier wirklich sehr, sehr viel Geld in die Hand nimmt für Werbung, um eben die Vormachtstellung auszubauen. Man verzichtet hier auf Gewinne, die man eben eventuell machen könne, sondern steckt alles in die Expansion. Und ich denke, dass man Ähnliches bei Alibaba auch weiterhin sehen wird. Alibaba hat allein in diesem Jahr 14 Unternehmen übernommen. Diese Strategie wird sicherlich weitergehen. Man wird hier noch fokussierter und noch stärker den Ausbau der derzeitigen Marktposition festigen und vielleicht sogar versuchen, dann weiterhin auszubauen. Alibaba und die 14 Unternehmen. Danke sehr, Andreas Lipko von Kliegel & Hafner. Danke fürs Interview. Ich bedanke mich auch. Einen schönen Tag noch heute. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.